Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 3. Juli. Heute dabei Laptop-Bahn, Google Drive, Google Fotos, Facebook WLAN-Suche, Sony, Jay-Z und Public Enemy. Beginnen wir aber mit den USA. Die hatten ja angekündigt, ein Laptop-Bahn bzw. Laptop-Verbot für Reisende aus Europa einzuführen. Also das gleiche gibt es auch schon für einige Reisende aus diversen arabischen Ländern. Und das scheint nun vom Tisch zu sein, wie CNN berichtet. Allerdings auch nur, wenn die entsprechenden europäischen Flughäfen auch die US-Sicherheitsvorschriften einhalten. Mit einer noch strengeren Kontrolle der Geräte an sich, mit Spürhunden dabei und allem möglichen Zeugs. Naja, also gute Nachricht erstmal. Man kann halt weiter im Flieger arbeiten bzw. sich auch mit Netflix berieseln lassen. Aber ja, eventuell dauert das beim Einchecken zum Flug in die Stadt ein bisschen länger. Ich bin gespannt, wie das ausschaut und wo das alles hinführt. Google hatte angekündigt, dass jetzt diesen Monat Backup und Sync kommt. Das ist der Nachfolger zu Google Drive, wo man entsprechend dann, wie der Name auch schon sagt, Backup und Sync, seine Daten von seinem Rechner direkt zu Google in die Cloud, in das Google Drive, synchronisieren kann. Und ja, also halt Google Drive dann direkt ersetzen. Das wird jetzt verschoben und zwar auf Mitte Juli. Anscheinend wohl um den 12. Juli rum. Die entsprechenden Beta-Tester sind wohl schon dabei und können es nutzen. Und ja, wir warten dann mal ab. Ich bin gespannt. Backup ist natürlich immer eine gute Sache. Das sagen wir auch mehr als einmal hier immer beim Geek Talk. Bleiben wir aber gleich bei Google. Google Fotos, denn die haben ein neues Update rausgebracht für iOS. Und mit der Google Fotos App kann man natürlich seine ganzen Fotos direkt bei Google hochladen. Hat dort auch unbegrenzt Speicherplatz. Also eine schöne Sache, gerade wenn es vielleicht mit den Apple Fotos und Speicherplatz eng wird, kann man zu Google wechseln. Und da gibt es neue Funktionen. Und zwar kann man nun teilen, teilen, automatisch teilen, mit entsprechenden Personen, die auf Fotos erkannt worden sind. Die bekommen eine Benachrichtigung und können sich die Fotos dann auch angucken. Ähnliches funktioniert auch mit freigegebenen Fotogalerien. Dort kann man halt auch Personen einen automatisierten Zugriff geben, damit diese entsprechende Fotos von bestimmten Sachen, Personen oder auch Orten direkt sehen können, wenn diese hochgeladen werden. Interessante Funktionen muss man sich natürlich ein bisschen reinarbeiten, damit nicht hinterher die falsche Person Zugriff auf Fotos bekommt. Eine auf jeden Fall super Funktion hat Facebook jetzt am Start. Und zwar die WLAN-Suche. Die wurde bereits getestet im Ausland und ist nun auch in Deutschland aktiv. Ich habe es selber getestet. Und zwar findet ihr die in der Facebook-App auf eurem Smartphone. Wenn ihr in das Menü geht, wo eure Seiten, wo euer Profil aufgezeigt wird. Im iOS ist das ganz rechts unten die Schaltfläche. Dort gibt es den Bereich Entdecken. Da sind Veranstaltungen, gespeichert, bla bla bla. Und in der Mitte unten gibt es nun den Menüpunkt WLAN finden. Und wenn ihr da rauf tippt, dann bekommt ihr alle freien WLANs in eurer Gegend angezeigt, mit den entsprechenden Lokalitäten, wo dieses WLAN verfügbar ist. Und bestenfalls haben die auch dort die Öffnungszeiten angegeben, dass ihr da eventuell dann schnell hin könnt und euch eure mobilen Daten spart. Sony wird wieder Platten machen, also Schallplatten aus Vinyl. Die haben das nämlich vor 30 Jahren eingestellt. Ja, kann man auch nachvollziehen. Waren auch nicht die Einzigsten. Sind die damals komplett auf CDs gegangen und sind nun zurück und haben in Japan, näher von Tokio, eine neue Fabrik aufgemacht, wo sie jetzt Platten produzieren. Interessanterweise haben sie wohl Probleme, entsprechende Techniker zu bekommen, die noch wissen, wie Plattenpressen funktioniert. Aber ja, sie sind jetzt dabei. Werden natürlich erstmal den japanischen Markt bedienen. Aber das Gesamte geht natürlich so mit dieser Retrowelle auch Hand in Hand. Denn Vinyl ist ja in den letzten Jahren durchaus wieder hochgekommen. Kann man recht häufig wieder kaufen in den Läden. Und kleinere Plattenpressen machen wieder auf. Und jetzt will auch Sony davon partizipieren und am Markt teilhaben. Bin gespannt. Ja, und da bleiben wir gleich beim Thema Musik. Denn am Freitag ist das neue Jay-Z-Album 444 rausgekommen. Und das gab es exklusiv bei seinem Streaming-Dienst Tidal. Also, alle anderen haben in die Röhre geguckt oder sich es illegal besorgt. Das wäre jetzt nicht das erste Mal bei einem Exklusiv-Album von Tidal so. Aber überraschenderweise, zwei Tage später war es, ja, eigentlich ist die Exklusivität noch da. Aber zwei Tage später konnte sich nun jeder anhören, indem er sich es einfach runterladen kann bei Tidal. Ohne Abo, ohne nichts. Es gibt eine Landingpage. Das ist in den Show Notes verlinkt. Dort gibt man einfach den Promocode SPRINT ein. SPRINT ist eine amerikanische Mobilfunk-Firma mit der, also Mobilfunk-Anbieter, der Kleinst in Amerika, mit dem Tidal zusammenarbeitet. Also, sie sind auch an Tidal beteiligt. Und ja, da kann sich jetzt jeder das komplette Album runterladen als MP3 und auch im FLAC-Format. Und kann sich es anhören. Ohne Anmeldung, ohne nichts. Ja, zwei Tage nach der Exklusivität. Ja, aber zumindest ist Tidal damit in aller Munde. Und wenn es schon freie Musik gibt, am Wochenende gibt es noch mehr freie Musik. Denn auch die Rap-Veteranen von Public Enemy, die wollten eigentlich ein neues Album am Independence Day am 4. Juli rausbringen. Die haben das jetzt einfach spontan auf ihrer Bandcamp-Seite hochgeladen und unter freier Lizenz freigegeben. Also auch da, jeder kann hingehen, kann sich das neue Album runterladen und es sich anhören. Auch hier gilt wieder der Link dazu. Er ist in den Shownotes, könnt ihr euch da angucken. Und wenn ihr Bock habt auf Rap, Public Enemy, dann ladet es euch runter. Und lasst uns gegebenenfalls auch hier in den Kommentaren wissen, ob euch entweder Jay-Z oder Public Enemy das Album gefallen hat. Könnt ihr natürlich auch auf Twitter machen. Oder auch direkt an mich oder an den Geek Talk, wie ihr wollt. Und damit sind wir auch schon am Ende vom ersten Geek Talk Daily in dieser Woche. Aber ich habe noch eine Sache. Denn weil wir ja mittlerweile die 150 Folgen überschritten haben, hat der Pukipsi noch einen Wettbewerb rausgehauen. Und ja, da gibt es diverse Gadgets zu gewinnen, die er noch da in seinem Kellerbüro gefunden hat. Und teilnehmen kann jeder aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Und dafür müsst ihr einfach bis zum 5. Juli die Geek Talk Daily Folgen retweeten. Oder aber eine Mail senden an wettbewerb-at-geektalk.ch Und dann seid ihr dabei. Und dann wünsche ich euch einfach Glück, dass er da auch was Feines gewinnt, wenn er das macht. Ansonsten sage ich mal, wir hören uns morgen wieder, hoffe ich. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und in die Woche. Und sage Tschau Tschau. Hört mehr Geek Talk.